Hallo und herzlich willkommen zurück hier bei Red Dead Redemption 2. Ich sehe schon unten rechts, Spazierkänge durch den Wald und Wiesen. Untersuchung. Was ist das? Achso, ein Buch. Achso, okay. Nehmen. Okay, jetzt haben wir ein Buch. Hm. So, und zwar machen wir jetzt diese Folge. Besuchen wir die gute Mary. Hinter Valentine Schildi. In einem Hotel. Mal gucken, wer die gute ist. Mal vorhin schon einen Brief gelesen. Irgendwas mit Hochzeit und allem Möglichen. Die waren wohl mal kurz vor der Hochzeit. Guter Afro und die Mary. Arthur und die Mary. War das Klapperschlange? Ah, ich habe ja noch eine Klapperschlangehaut dran. Fleisch. Aber wo bringe ich das hin? Zum Schlachter am besten, ne? Oder hier hin. Guten Morgen. Guten Morgen. Wow, einfach hier hin Fetzen. Ich weiß auch nicht, was ich damit machen kann. Werden wir dann erfahren. Die Tage. Okay. Come on, girl. Ja. Das war's. Das hat sich gerade komisch angehört. Aber ich weiß zwar jetzt nicht, ob ihr das hört, aber da draußen läuten jetzt die Glocke von der Kirche. Das könnte sein, dass er es gerade hört. Ich weiß es nicht. Was ist denn los? Boah. Oh, wäre hier rausgeflogen. Ja, aber nüchter dich erstmal aufs Kollege. Let's go girl. Morgen Team. Morgen. Wir können nochmal kurz auf die Karte gucken, wie weit wir jetzt eigentlich hier alles im Blick haben. Und sehen wir schon ein bisschen mehr. Dann reiten wir irgendwann mal hier. Dann haben wir schon hier ein bisschen was. Gesucht, tot oder lebendig? Wie? Ah, der Javi Eske Uela oder was? Der wird gesucht, tot oder lebendig. Klopfen wir mal ganz hilflich. Ja? Ich bin sorry, ich wollte nicht zu verhören, Ma'am. Ist Mrs. Linton in? Ich gehe zu sehen. Mrs. Linton? Ich habe eine Caller für dich. Hallo Arthur. Mary? I heard you and your friends was around. I... Okay. Where's... Where's what's his name? Died. Well, I'm sorry to hear that. Yeah, me too. Me too. Happened a while ago. Pneumonia. Bad business. Sure. So, uh... You've been... You've been made a widow and you come here looking for me, is that it? No. I ain't like that, Arthur. Ah. Okay. Listen, Arthur. I... I'm... My family. I need your help. You mean the family that always look down on me? You want me to help them? It's my little brother, Jamie. I always liked Jamie. At least compared to the rest of them. He's broken Daddy's heart. Daddy has a heart. Don't make me beg you, Arthur. My money, my life. Me. I wasn't good enough. I'm sorry. We need your help real bad. Little Jamie's joined the Chelonians. That strange religious order. Good for him. They're quite mad, Arthur. They'll kill him. You're the only person he'd listen to. So, I'm too rough to marry into your family. But it's okay to ask me to help in saving your family. I'm sorry. I understand if you don't want to help me, but... But I think of you often. Long time ago now. I'm begging you, Arthur. I say, let Jamie live Jamie's life. And not the nightmare that his daddy dreamed up for him. Jamie's so innocent, Arthur. Please, Arthur. Will you help me? Yes, Mia. Where is he? Somewhere out near Carmody Dell, I think. The rancher there said he'd seen him around the Cumberland Forest. I just want him back, Arthur. If you find him, bring him to me at the station. I'll see what I can do. I'll owe you. You already owe me. Poor thing. Ja, wir machen es gleich sauber, keine Angst. Ja. 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 O. Was ist denn hier schon wieder los? Lebt er noch? Du kannst von ihm nehmen, was du willst. Aber es ist nicht zuhause, wenn es bereits gebrochen wird. Bro, ich habe es gesagt. Muss aber eine teure, teure Kutsche sein. Ich sagte, hätte ich jetzt am liebsten einfach geklaut und zu einem Typen gebracht. Geht das? Und wo hat denn der gelebt nochmal? Hier hinten, ne? Ist ein Stall. Lilly Millet. Heeler. Scheiß mal drauf. Ich habe jetzt auch keinen Bock so einen weiten Weg deswegen noch zu fahren. Aber ich sage immer fahren. Vor mir einer Kutsche wäre es eigentlich fahren, ne? Hat ja Räder. Das war kein Motor, aber Räder. Ja. Also gab es anscheinend zu diesem Zeitpunkt auch schon irgendwelche Sekten oder sonst was. Das hat sich ja nicht ganz normal angehört, diese Religion oder diese religiöse Orten. Ja. Weil sonst soll sich lieber eine Bande anschließen, dieser Jamie. Ich werde ein wie. Das gibt es immer. For威 herum. Es gibt es auch die Lans, der sie yourself mitQui geben. Ja! Oh, sie können wir mal kurz striegeln. Noch mal kurz das Zeichen weg, sonst stört mich das wieder nur. Schutzpanzer hat er geborgen. Ein Weg, er hat die Sicherheit gewählt. Welchen Weg hast du entschieden, Herr? Ich weiß nicht, dass dieses Nichts, Herr. Lass mich mit dem Mann sprechen. Du, du... Du bist immer so negativ und antagonistisch, Herr. Ich bin nicht ein sehr kultured Mann. Forgive mich, bitte. Ich bin ein FOOL für mein Gott und ein Happy One, Herr. Ich bless Sie. Was bin ich von mir? Wer sind meine Heroes? Ich habe keine Ahnung. Um... Turtles? Ja, Turtles! Hey! Du lief Turtles? Ich liebe sie, auch. Haha! Jamie... Knows die Wahrheit. Aber natürlich... Du kannst mit ihm sprechen. Exactly. Du bist so großartig. Aber... Du bist so großartig. Du bist so großartig. Wie kann ich dir tun? Ich... Ich bin... Ich bin nicht... Ich bin nicht mit dir, Arthur! Ich bin nicht mit dir, Herr. Ich bin nur mit Mary. Ich bin nur mit Mary. Das... Ich bin dein Geist! Ich bin nicht mit ihnen. Lieb mich allein, Arthur! Ich bin mir hier für deine Hilfe! Junge Junge. Abknallen wäre jetzt nicht die richtige Lösung, oder? Oh, komm schon! Oh, sieh! Kümmer schon? Weiß es nicht. Was ist ein Vogel? Komm! Ich werde keine Energie mehr. Ich weiß nicht, wer ich bin. Oh, mein Gott! Oh, Jesus! Scheiße. Bitte, Arthur! Ich bin ein Mann, jetzt! Ich habe etwas zu sagen. Du bist nur ein Kind. Du hast einen großen Fehler gemacht. Ich bin nicht von dir. Du bist ein Outlaw. Du hast mich alleine. Sie sind guter Leute. Ich sage dir, Arthur Morgan. Bleib mir alleine. Bitte, kid. Put das Gun down. Ich sage dir, Arthur. Ich werde... Ich will nicht mehr leben. Wir sind nicht mehr. Kind, nur... Ich werde mich alleine gehen. Ich werde mich alleine gehen. ... ... Ich will nicht mehr leben! Ich will nicht mehr leben! Just calm down! Leave me alone! Now calm down! Let's go see your sister. Okay. Okay. Okay kid. Have I been a terrible fool Arthur? I don't know. I don't know enough about it. One thing I do know. There ain't no shame in looking for a better world. I missed you Arthur. Are you and Mary sweet on one another again? No no. That's all a long time ago son. Yep. Well this wasn't how I thought today would turn out. It's been a long time Jamie Gillis. You were a kid last time I saw you. You didn't try to kill yourself. You know, you taught me how to ride a horse. Well, apparently. Shabonia though. Really? You'd fall for that? They were very nice to me. They're decent. I'm sure. Please tell me you didn't give them any money. Of course I did. They rely on charitable donations. Jesus, Jamie. Come on. I just wanted to believe that there might be something good coming my way one day. Guess that's dead in the water. With the turtle. Shut up. All father kept telling me was, you won't amount to anything. You're not enough of a man. I had to get away. I couldn't take you anymore. Forgive me, but your father's a bully and a coward. Don't listen to him. Hey, don't talk about him like that. What do you want me to say, Jamie? He's a good father. Nice man. You won't be happy I saw you. Please send him my worst regards. The thing is, he's right. I'm not good at anything. Come on. That ain't true. Tell me something you like. Um. Um. Don't think too hard. Apples, I guess. Apples? Yeah, I love apples. Okay. I was thinking more along the lines of carpentry or horses or something. Alright, go work in an orchard then. By that token, you must really like shooting and robbing people. I only like shooting young idiots to run away from me when I'm trying to help them. Father told me what you do. I'm sure he did. Are you still with Dutch and, what was his name, Hester? Hosea. Yep. Still the same. Sort of. And Annabelle and Bessie? I'm afraid they're dead. Shit. Maybe Mary did make the right choice. No doubt. But none of it is anything like the nonsense you're reading the newspaper. So, are you two getting back together? I told you. No. Just ask me for a favor. You know Barry Linton's dead? Pneumonia. You told me. So the door's open, so to speak. That's all in the past. Different people now. She's not. And you seem just the same. Well, maybe that right there is a problem. She was always too good for her. Let's just get you back to your sister. She's waiting at the station for us. Is she a partner? Here we are. Just waiting inside. Here we are. Just waiting inside. Yeah. Come. Ganz entspannt, Gail natürlich. Jamie. Jamie. Come home. Please. You've... Father's been very sad. Father wouldn't know sadness if it died in his bed. But I'll come home. For you. My boy. My sweet boy. Come on. Oh, Arthur. Thank you. Thank you. It's good to see you, Mary. And you, Arthur. And you. I... You're... Oh, you'll never change. I know that. I feel like... The luckiest man alive. And... I feel like a fool. That woman confuses me and plays me for a fiddle like no one else allowed. I trust I will not make a god awful fool of myself once more, but... Somehow I imagine I shall. Yeah. Okay, my dear friends would I say. See you in the next episode. Thank you, that you are there again. Haut rein. Ciao. 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 Ciao.